Was geht ab, Freunde? Willkommen auf dem Zweitkanal Ham Ham Und heute werden wir Minecraft spielen Aber nicht normal Minecraft Wir gehen auf einen Server, der mir von Nighty geschickt wurde Also mein Mod Und er meinte, guck dir einfach diesen Server an Ich soll einfach draufgehen Da mit diesem Server ist wohl irgendwas nicht normal Und ich versuch Also ich hab gar keine Ahnung, was er damit meint Aber er meinte, es wird lustig Sieht doch normal aus Da ist ein Schaf, da ist Wasser Minecraft an sich ist voll schön, oder? Minecraft ist so schön Bauen wir mal diesen Baum hier ab als erstes Bisschen Holz bekommen Das ist immer das erste, was man machen muss So Zack 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 Hä? Bruchtiefen-Schwiefern-Mauer? Hä? Hä? Ich hab doch gerade Holz abgebaut Weißer Teppich? Was zur... Hä? Was ist das, Chat? Digga, wie soll ich jetzt bitte mir ein Schwert und sowas machen? Warte, was passiert, wenn ich dieses Holz hier abbaue? Hä? Ein Sattel und ein polierter Andesit? Was, wenn ich die Blume abbaue? Irgendwann kriegt ja gar nicht das, was man haben will Schwarz-Eichen-Holz-Schild Was ist damit? Warte mal, wenn ich das hier hin platziere Das war gerade eben was anderes Und jetzt zu einer blauen Blüte geworden Und die blaue Blüte abbaue Dann kriege ich da raus Das hier Und wenn ich das hier abbaue? Dann kriege ich ein Bambus-Tro... Was zur Hölle? Was passiert hier? Digga, das ist sehr, sehr seltsam Warte mal Das heißt, mir kann nichts passieren, wenn ich dieses Bienennetz abbaue, oder? Weil da kann dann keine Bienen rauskommen, sondern was anderes Let's go! Orange-glasimierter-glasig Was ist denn los mit dir, Naiti? Warum kannst du fliegen? Ach so... Verpiss dich! Der hat mich voll erschrockt Ich dachte, ich bin in irgendeinem Blog drin Er ist creative, wie ein Goethe-Server Er hat gesagt, komm hier drauf Das war ein Fehler! Was ist das? Wie soll ich hier vernünftig Minecraft spielen? Was ist das überhaupt für ein Blog? Digga, ich krieg original immer, wenn ich irgendwas abbaue, was anderes Ich muss irgendwo hin Ich brauch irgendwas, was mir Holz gibt Das hier? Oh mein... Das hier vielleicht? Glas Oh mein... Was ist das? Digga, ich krieg nicht einmal das, was ich haben will Lila der Stein Sand, komm schon Sand, gib mir Holz Ein Ofen? Okay, nice Wir haben den Ofen schonmal, das ist das Erste, was wir gebrauchen können Jetzt brauch ich irgendwie irgendwas, dass ich so Schwerter und so bauen kann Warte, was war das hier nochmal? Ah, Öfen, genau Zwei Öfen Rosen? Purpur-Säule Okay, das bringt mir ehrlich gesagt nicht so viel Purpur-Säule Was ist hier mit? Aha! Orgalkoralle Das ist eine andere Art von Holz Also gibt es mir was anderes? Eine Kettenrüstung Hä? Man kann einfach, wenn man das hier Abbraucht, Rüstung bekommen Oder nur Helm? Bitte auch andere Rüstungen Okay, man kriegt nur Helme leider Aber schonmal was geiles, was wir gebrauchen können Wir müssen versuchen, so viel wie möglich abzubauen, um zu gucken, was wir bekommen Was ist das denn? Kamesin? Was? Kamesin Hängeschild Hä? Oh Was ist das denn, Digga? Brauch ich nicht Wobei, wenn ich das abbaue, was kommt dann? Erde Oh mein Gott, Digga, das bringt ja Was finde ich das hier? Kurzer Rejoin Welchen Block habe ich noch nicht abgebaut, der einfach ist abzubauen? Was war das? Grüne Schulter Kiste? Lol, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, Chat Ich schlurfe alles, ich sehe das zum ersten Mal Schwarz Eichenholz Boot Okay, ich platziere das Boot und mache es einfach kaputt Och, man kriegt es wieder, ne? Was, wenn ich hier gegen knalle? Kann das nicht kaputt gehen, das Boot? Kann ein Boot nicht kaputt gehen? Oh, es ist kaputt gegangen, aber man hat nichts bekommen, schade Eisener Rossharnisch, ey, Digga, das sind so unnötige Sachen, die ich hier bekomme in meinem Inventar Ich brauche Holz Ah, das ist vielleicht gut Wobei, wir haben noch keine Spitzhacke, um solche Sachen abzubauen Können wir Huhn töten mit der bloßen Hand? Geht das? Ja Hä? Da kriegt man wirklich normales Fleisch? Okay Von Tieren kriegt man normale Drops anscheinend Tiere geben normale Drops Das Holz hatten wir schon abgebaut, das ist wieder ein Helm Schwein, gibt Schweinefleisch, ist Hara Die Blumen haben wir auch schon Ich muss entweder in ein anderes Gebiet, oder mich runter bauen, eins von beiden Ich brauche unbedingt Holz, um was zu töten Hä, Digga, ist es nicht sogar unmöglich, so Minecraft zu spielen? Da hinten Mach mal her, ne? Gasträne Und das hier? Blaue Schu... Digga, was sind diese Schulkerkisten? Ich seh die zum ersten Mal Du hast doch Holz Wo? Ich hab kein Holz Ja, da ist Erde Ach, das ist Holz! Lol! Crafting Randomizer deaktiviert, hä? Let's go Chat, wir haben Holz! Wichtig! Oh, und jetzt, genau jetzt ist es dunkel geworden Ja, Tiere geben normal, Chat! Was mit Pferden? Die haben gar nichts gegeben, schade Sonnenblumen! Kohleblock, wichtig! Let's go! Noch mehr Sonnenblumen Gib mir die Sonnenblumen Gib mir die Sonnenblumen Geh weg! Oh, Monster Drop, okay! Mobs droppen immer dasselbe Wo sind meine Kohlenblöcke? Ich hab ja so... Hä? Mein Inventar ist weg! Oder hab ich das platziert? Hä? So... Dann baue ich jetzt mal eine... eine Spitzhacke, wichtig! Sehr wichtig! Mein Inventar nehme ich mit Äh, mein Ding Crafting Oh mein... Vergessen! Dass wenn man's abbaut Dass man da was ausnimmt Ach, Digga! Lileklox, danke schon für den Prime Sub! Okay, jetzt kann ich in der Höhle endlich Und Stein abbauen Schwarzer Trockenbeton Was ist das denn? Holz wieder, oder? Fuck! Äh! Ey Leute! Ich kann nicht mehr sprinten Wo ist mein Schwert? Wo ist mein Schwert? Hä? Wo ist mein Schwert? Mein Schwert ist weg! Hey! Mein Schwert! Hä? Ah, älter Schweinefleisch! Puh! Hä? Ey, ich könnte schwören Dieses Chicken hat sich einfach despawnt Oh mein Gott! Ich hab noch und eineinhalb Herzen Schnell die Sachen mitnehmen Ich muss... Ich muss Schweinefleisch essen! Hada! Du hast einen Ofen? Ja, aber kein Dings gerade Ist einfach egal Komm! Da ist noch Dings essen Puh! 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 Okay, let's go! Hä? War das ein Blitz? Ein Kuchen! Kuchen? Kuchen, cool! Kuchen ist cool! Warte mal! Von was habe ich das gerade bekommen? Von was habe ich das gerade bekommen? Das ist wichtig! Weil dann haben wir unendlich Essen! Von was habe ich gerade einen Kuchen bekommen? Chat! Fass, fass, fass! Und aus was habe ich Fass bekommen? Stein! Es ist wieder hell! Digga, was ist... Ey Junge! Was ist das für ein Server, Digga? Ah! Schwarzer Trockenbeton hat mir das gegeben! Nice! Und endlich Essen, Glitch-Jet! Wichtig! Da müssen die Chat... So, wo... Hä? Hä? Du gerade... Let's go! Man kann Kuchen nicht stacken! Man kann Kuchen nicht stacken! Wir müssen irgendwas rausschmeißen! Hier! Das hier brauchen wir nicht! Und das hier auch nicht! Okay! Dann lassen wir das so einfach gestackt! Okay! Jetzt brauchen wir nur noch eine Höhle! Nervlich Skeletten! Nervlich! 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 Ah stimmt! Ich hab kein... Vergessen! Ich hab kein... Kein Stein! Ah! Selber schuld! Nettersprossen! Ah! Ich hab kein... ähm... Schwert mehr! Mein Schwert ist einfach... Diesmal... Nice! Da sind Erze! Ist ja auch eine Höhle! Was passiert, wenn wir dieses Erz hier abbauen? Was droppt es? Es droppt! Kein Schild! Oh mein Gott! Du wurdest in die Game Mode Abenteuer gesetzt! Was heißt das? Was heißt... Ah! Wow! Das war knapp! Digga, warum ist hier keine Treppe oder so, die da unten fehlt? Ich hab auch kein Wassereimer! Ja, perfekt! Aaaaaaah... Aaaaaaaah... Aaaaaaa... Aaaaah... Ja, ja... Du wirst sehen, was ich mit dem Maches gelern... Oh nein, ich hab kaum Leben mehr! Ich hab kaum Leben mehr! Aufgere. Wie jetzt nicht abgeschossen werden! Woääh? Ich kann kein Kuchen mehr platzieren! Ich kann kein Kuchen mehr platzieren! Ich höre auf alles. Ich kann nichts mehr abbauen. Ich kann nichts mehr abbauen. Ich kann nichts mehr abbauen. Ey, ich kann nur noch gegen Pumster kämpfen. Was ist das? Was ist das? Nein, ich bin wieder da. Der Minecraft Ding hat gegönnt. Server Owner, Naiti. Dankeschön. Der Game was hat gegönnt? Jawoll. Ich will mal ein Dorf oder so sehen. Vielleicht ist das hier anders. Hab ich noch ein Boot? Hat mir irgendwas davon hier Boot gegeben? Digga, man muss die Sachen ehrlich merken. Ja. Ey. Ey. Nervlich. Ich hab kein Leben mehr. Ich hab nur halbes Leben. Ich hab nur halbes Leben. Ich hab noch mal in die Sache. Ich hab nur halbes Leben gemacht. Ich hab nur halbes Leben. Ich hab immer mehr Angst. Okay, geht weg. Er geht weg. Ich habe zu viel Mülle in meinem Inventar, Chat. Digga, Kuchen macht gar nicht so satt, wie ich gedacht hätte. Ich habe wieder mein Schwert. Jawohl, let's go. Komm, heil dich mal, Digga. Warum heil dich so langsam? Ich brauche wieder was, 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 was? Abbauung? Du hast verschiedene Arten von Steinländer, da kannst du abbauen. Stimmt. Stimmt, ich kann jetzt die Steinsachen abbauen. Einen Ofen kann ich abbauen. Getöntes Glas. Seelenerde kann ich abbauen. Okay, Rest habe ich schon abgebaut. So, probieren wir jetzt mal mit Seelenboden. Dann kriege ich ein... Lore. Hä? Achso. Getöntes Glas. Dann kriege ich ein... Hä? Nochmal. Getöntes Glas. Dann kriege ich... Hä? Okay, warte. Getöntes Glas. Dann kriege ich ein... Bruder, er ist ein De-Spawner. Er ist einfach nur ein De-Spawner. Aha. Skulk. Was ist das denn? Schwarzholzdruckplatte. Und davon kriege ich ein... Eichenholzstufe. Und davon kriege ich ein... Holzachst. Okay. Das war eine richtige Scheiß-Reihenfolge. Am Ende habe ich einfach nur eine Holzachst bekommen. Aber ich habe ein Bambus-Zaun. Äh, Bambus-Zaun. Bambus-Zaun. Uh, ein schwarzes Bett. Mhm. Aha. Aha. Okay. Picke-Schild. Okay, und Eisenstiefel. Let's go. Mein Helm ist weg. Aha. Nicht mit mir. Ey, ich habe die ganze Kohle... Von wo habe ich nochmal Kohle bekommen, Chad? Weiß das nochmal wer? Weiß einer, wo ich Kohle bekommen habe? Von Sonnenblumen. Ich brauche hier wieder Sonnenblumen, Digga. Scheiß, ich habe alle abgebaut und die ganze Kohle benutzt, statt sie einmal abzubauen. Manche sagen, da kommt vielleicht die heraus. Nerv nicht. Wo waren nochmal die Sonnenblumen, hä? Ich bin zu weit weggelaufen. Weiße Keramik. Was ist da drinne? Hä? Hellgraue Keramik. Was ist da drinne? Orangene Keramik? Was in der Orangene Keramik? Schmiedevorlage? Was soll das denn sein? Kohleerz brauche ich. Was kommt aus schwarz getöntem Glas? Ah, stimmt. Für Rüstung. Ja, aber das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht, Spielevorlage. Das Gute ist, man kann ja aus manchen Items Rüstung einfach bekommen. Das ist cool. Ah, Digga. Wieder sowas. Und da Wasserhülle. Ich kriege keine Luft mehr. Hamid baut Kohleerz ab. Ah. Jetzt verstehst. Kohleerz. Das heißt, ich muss eine Höherolle finden, wo ich Kohle finde. Sucuk Melone. Bist du extra Melon? Was musst du machen? Kohle finden. Kohleerz. Angeblich Diamanten. Bau dich runter. Das ist für Kohle, Bro. Ich suche... Ich glaube, es ist besser, wenn ich einfach eine Höhe suche. Lär nicht. Nein. Nein. Ich sterbe. Nein. Oh. Kuchen. Kuchen. Ich brauche einen Kuchen. Schnell. Nein. Oh nein. Oh nein. Ich schaue einen Skelett. Oh nein. Bleib da bitte! Arme Nackel! Ah! Ich bin nicht gestorben! Und hier fliegt eine Kuh! Was passiert hier? Warum fliegen die Kühe? Was ist hier? Hä? Was ist das? Was ist da hinten? Ach so! Und was ist das? Bruder! Was passiert hier? Ein Schiff? Ist einfach random ein Schiff-Chat! Was ist das da hinten? Nein! Warum ist hier ein Schwein? Ich stelle keine Frage! Goldschwert! Nice! Feuerstein! Obsidian! Ja! Mhm! Goldhelm! Ah! Ah! Na komm! Was ist das? Was ist das? Was ist das? E肚 sich nicht überfügt! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die Jahre sind die Kinder in Kuhu? Was ist denn mit dem los? Verpiss dich, Mann, Digga, was ist hier? Avatar einfach! Verpiss dich! Bleib unten, ihr Wichser. Er hat eine Waffe. Ich will die haben. Bleib unten. Bleib unten. Ist das ein Pfeil? Bauen wir trotzdem nicht. Das ist eine Angel. Alter, gib mir die Angel. Gib mir die scheiß Angel, okay? Verstanden? Jawohl. Hat er die Angel gejobbt? War das die Angel? Ich weiß es nicht. Ich bin wieder rum. Hab ich genügend? Ob sie sie haben? Nein, 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 nein. Sonst hätte ich das jetzt zu Ende gebaut. Was hätte ich den Goldblock abbaolen? Hey! Er stirbt! Ey, warum stirbt ihr? Nein! Free Jackson, Chad! Free Jackson, er stirbt! Nein, mein Spick X! Ich muss ihm helfen. Ich muss ihm helfen. Sorry, Chad. Ich muss ihm helfen. Ich musste, Chad. Ich musste ihm einfach dem Leid ein Ende setzen, Chad. Ihr wisst es selber. Das war das Beste für ihn. Also, ihr habt gesagt, wenn ich Kohle, Erz abbaue, dann... Hä? Loll! Loll! Einfach ein Ding! Äh? Loll! Was ist denn? Neptun! Neptun einfach! Oh mein! Ich spiele nicht mehr. Ich spiele das nicht mehr. Der Gehirn hat gar keinen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ich spiele nicht mehr. Tschüss!